Hallo, ich bin der Richard und ich bin hier mit Alex Rawlings und wir sind jetzt im Moment in Parma, in Italien. Wir waren hier eingeladen von Goethe-Institut und Polyglotty4U, um hier bei der Konferenz über Multiling Rhythm zu sprechen. Und Alex, also wie war es für dich eigentlich? Ja, ich habe es sehr interessant gefunden. Es war eine sehr schöne Möglichkeit, uns viele Leute kennenzulernen, die besonders aus sehr verschiedenen Ländern bekommen. Und ein bisschen mit ihnen über Sprachen zu reden und eine bessere Idee davon zu kriegen, was Europa eigentlich ist und warum die Europäische Union besteht. Ja, genau. Und was wir denken ist, dass man sollte eigentlich mehr Hilfe geben und mehr Unterstützung geben für Leute, die mehrere Sprachen von Europa lernen möchten. Nicht nur Englisch oder die Muttersprache, sondern auch vielleicht die Sprache des Nachbarns. Zum Beispiel wäre nicht schlecht in Deutschland, wenn man die kurnische Sprache ein bisschen mehr lernt oder auch in Ländern, wobei die in der Vergangenheit andere Sprachen wenigstens haben als Lingua Franca und jetzt wird es einfach nur Englisch als Lingua Franca gesprochen. Das finde ich persönlich schade. Ja. Und das war auch ein Thema auch heute. Ja, weil heute viele Italiener haben Französisch gesprochen, weil das für sie ganz leichter ist, als Englisch zu sprechen, weil die Sprachen ganz ähnlich sind. Und vielleicht wäre das ein Beispiel für andere Länder auch, zweite Sprachen, die nicht Englisch sind, zu benutzen. Ja, genau. Ich habe dein Video auf YouTube gesehen und das war ein Wettbewerb, nachdem ich meine, also das, was die über mich in The Times geschrieben haben, hast du gewonnen. Ja. Also als Englisch aus Großbritannien mit dem meisten Sprachen, die meisten Sprachen sprechen. Und erzähl mir ein bisschen von deinen Geschichte in Russland. Ich habe, возможно, auch in Russland gesprochen, in Russland gesprochen. Ja, ja, ja. Du bist in Russland in Russland ein Jahr. Ja, ich war in Russland 8 Monate. Ja, ich war in Russland, in Russland, wo es 300 Kilometer von Moskau ist, und ja, das war ein sehr guter Erfahrungen. Ich habe mich mit vielen Leuten aus Russland, die, ich weiß nicht, ich will das ganze Leben erinnern, den Erfahrungen erinnern. Und wie ist es Russisch für dich? Du denkst, dass es gut ist? Nein, es ist nicht gut. Ich denke, dass es nur, dass es gut geht, wenn du dort leben, wenn du dort leben, wenn du dort eine lange Zeit wirst. Ich studiere auch den Russisch in der Universität. Es ist so, dass ich es viele Möglichkeiten praktizieren. Aber ich weiß nicht, es ist mehr als mentalität. Es ist nicht nur ein Sprache, es ist nicht nur ein Sprache. Es ist nicht nur ein Sprache, es ist nicht nur ein Sprache. Es ist nur ein Sprache. Du musst den Sprache fühlen, um ihn zu verstehen. Es ist klasse. Ich denke, dass ich auch immer wieder ein Sprache, wenn ich sage, wenn ich sage, wenn ich sage, dann muss ich es nicht sagen. Es ist nicht so, wie du gesagt hast, und ich sehe meine Gründe sehrää. bau Meine mentalität zieht sehr richtig ausdoern. Med startups zu Create�, dafür habe ich gesagt, dass ich bin in Faschin und Französisch Escpatrick denke. Es Cre��č aus Ihnen alsóist婆 fetisch decade. Ich habe auch também gelernt eine Liste gemacht. Nein, ich habe nie in Netherlands gelーいnt. Nicht gelーいnt? Nein, ich habe nie in foreigners gel plugin. Ich dachte gerade vieles abstracten. Nein... Das denke ich viele Menschen, aber ich habe nie geltim. Nein? Ich habe nur den Resten hier gewesen. Ja? Ja? Ja. Ja, ja. Gewoon so ein Nederlands abgefickt? Ja, abgefickt? Haha. Ich reiste nach Nederland und habe das von der Hoeken gekauft. Ja. Und ich habe es einfach geleert. Ja, das ist knap, oder? Ja. Das muss ich sagen. Ja, ich bedoelde, ich habe zwei Jahre lang in Nederland gewand. Ja. Ja, ja, in den ersten sechs maanden war es ein bisschen moeilijk om mit Nederlanders te praten. Ja. Das ist auch meine Erfahrung. Aber jetzt sind die Dinge ein bisschen anders. Ich denke, dass die Nederlander jetzt Nederlands wollen sprechen. Ja. Und als sie in den Nederlands lernt und dann nach Nederland geht, um zu oefenen, kann ich das nicht auch nicht. Ja, das ist ein bisschen eine Veränderung in der Nederlandse Gemeinschaft. Ja. Das habe ich auch gemerkt. Ich bin dann, ja, voriges Jahr bin ich in Nederland gewesen. Und ich habe auch gemerkt, dass viele Buitenlanders auch auch Nederlands sprechen. Und die Buitenlanders sprechen auch Nederlands. Ja. Und toen ich da woonde, das war es auch immer noch, dass ich mit mir oder anderen Buitenlanders Nederlands sprechen wollte. Also, wir wollen Engels omschakelen. Und das war auch eine sehr schnelle Reaktion von den Buitenlanders eigentlich. Und das fand ich auch jammer. Auch dann. Ja. Und dann bin ich glücklich, dass ich in den Niederlanden bin. Also, ja, ich bin dann auch Nederlands mit mir zu sprechen. Ja, weil die Niederlandse Taal ist sehr schön. Und ich denke, dass die Niederlanders trotser sind müssen. Und ja, wenn man jetzt ein Tourist ist in den Niederlanden, dann ist es nicht mehr genug, um einfach Engels zu sprechen. Ja. Und auf der Öffentlichen ist es kein Engels mehr. Ja. Alles ist jetzt in den Niederlanden. Alle de aankantigingen sind in den Niederlanden. Ja. Und ja, es hilft viel, wenn man in den Niederlanden kann sprechen. Ja. Ja, klopt. Und jetzt für die Zukunft, wir werden wieder ein bisschen in den Engels plätsen. Ja. Ja. Und dann sind wir noch ein bisschen in den Niederlanden. Ja. Und jetzt ist es gut. Und so, was sind Ihre Plans? Ich weiß, dass du schon einen Arabic- Ich schwache dir. Ja. Ich liebe es, aber ich habe noch viel Zeit in der Momenten. Ich habe mich noch viel Zeit. Ja. Ich habe immer gelernt, Jiddisch. Ja. Und jetzt habe ich gelernt, Jiddisch. Und das ist wirklich sehr viel Spaß, weil es einen anderen Langemenschen, mit dem ich bereits studieren. Like Russisch, German und Hebrew. Und ich habe wirklich genannt. Und ich bin jetzt auf dem Yukten, und jetzt bin ich sehr gut geplant. my French and my Italian and get my German up to real native speaker level and then see what doors are open. Wow, fantastic. Listen, it was brilliant to speak to you and to meet you in person. Yes. And good luck with your studies and we'll be in touch. And if you ever feel like dropping by and on the community online, I'm sure there are a lot of people who would really like to hear from you. Okay. Thanks.